So, ich hoffe, alle sind ausgeruht. Dann wollen wir mal weitermachen. Sarik, Mick, komm. Wir wollen weitermachen. Sehr gut. Gut, dann wollen wir mal sehen, wo uns der Weg alles hinführt. Oben wird es irgendwo hin und hier unten. Mein Bogenschütze, ihr macht das schon. Ich weiß gar nicht, ob es hier weitergeht. Hier geht es gar nicht weiter. Aber die ganze Ausrichtung hier würde ich gerne mitnehmen. Oh, eine Truhe. Oh, verdammt. Sehr schön. Die Eisenpanzerhandschuhe. Brauche ich nicht. Interessant. Haben wir alles mit. Die haben sich hier richtig gut ausgerüstet. Und ich muss dringend irgendwann mal was damit machen. Aber wichtig ist es, dass wir die Augen offen halten. Hier noch einiges. Verdammt. Gut, da hinten geht es weiter. Hier ist so eine Art Vorratsraum. Da hast du wohl der Geist von dem Toten hier. Oh, wir sind der Stärke. Ich höre hier jemanden. Schwer, schwer atmen. Wollen wir doch mal. Wo habe ich... Habe ich nicht noch meine Armbrust? Nicht. Nicht ausgewählt. Wenn der fülle Idiot schon schläft. Müssen wir. Ja. Und meine... Oh, das Ding. Entschuldigung. Noch einer? Ja, das. Wir klauen ihm mal die... ...Pfeile. Das kann ich genauso wie du. Wir müssen da ein bisschen aufpassen, auf die ganzen Fall. Gut. Lass uns hier trotzdem noch mal umsehen. Wüsste gar nicht, dass Trauger... ...in der Lage sind, Türen zu öffnen. Oh. Ja. Einen Teller wollte ich eigentlich nicht nehmen, aber... Okay. Man kann ja immer einen Holzteller gebrauchen. Scheint wohl eine Art... ...Zeremonienraum gewesen zu sein. Hier oben. Hier oben. Was ist denn hier in der Mitte? So eine Falle. Kein Problem. Oh, sch... Ja. Hier ist alles zusammengebrochen. Bitte nicht die Falle auslösen. Gut. Machen wir alles zusammen. Dann ist es für uns weitergehen. Okay. Hier kommt eine Feuerfalle. Wow. Nehmen wir mal mit. Das würde mich jetzt interessieren. Was? 36. Was war das? Dich nehmen wir weg. Und dich nehme ich dann wieder mit rein. Ach. Kaiser-Soldaten. Was zum Machen mit Kaiser-Soldaten? Was? Es scheint mir fast... ...als wären wir nicht die Ersten, die hier waren. Frage ist... ...wollen wir hier... ...wollen wir weiter nach unten. Das ist die Frage jetzt. Wo ist Sarik hin? Sarik? Werden wir dann schon finden. Hoffe ich mal. Ah, von hier kommen wir. Okay. Ah, ganzer Staub hier. Der Regel findet uns... Ah, ja, Sarik hat ihn schon... Du siehst aus, als hättest du dich schon geprügelt... ...mit jemandem, der hier war. Komm, schlag zu. Komm, schlag zu. Ja, stich hinab. Sehr schön. Gut gemacht. Hier hinten ist was. Hier geht's weiter nach unten. Kommt da jemand raus? Sieht nicht so aus. Wo? Kann ich das abstellen? Einscheinend nicht. Meister. Meister Schloss kann ich nicht knacken. Nichts drin. Lohnt sich definitiv, hier alles anzuschauen. Wasser, ah, super. Äh. Lucifer? Was ist denn, Freund? Ich muss mit so ein paar Sachen tauschen. Ich kann nicht sagen, dass du wieder in perfekten Konditionen kommst. Das ist auch kein Problem. Ich glaube, ich hab ganz viele Pfeile, die ich euch geben kann. Und den Bogen natürlich. Ach, nein. Ich nehm... Ich bin dumm. Ich wollte es euch ja geben, nicht wegnehmen. Äh, Jagdbogen, Langbogen, Flicherbogen. Genau, das wollte ich euch noch geben. Und das? Let's continue this journey. Ah, sehr schön. Autsch. Gut. Weiter nach unten geht's in die Katakomben. Wir werden wohl noch auf mehr Geister treffen. Okay. Augen offen halten. Irgendwo hier müsste ja noch ihr Anführer sein. Ah, weg damit. Irgendjemand hat gelacht. Wer hat gelacht. Oh. Das dürfen sie behalten. Na? Na? War wohl nichts. Ha. Sehr schön. Das... Wir umzingeln ihn. Das können wir nicht mitnehmen. Einer hat noch gelacht. War wohl nichts. Weg damit. Die werden auch immer stärker. Hm. Gepasst auf Fallen. Aber geldtechnisch ist das alles gut. Sarik? Ich glaube, ich habe noch etwas für euch. Wegen eurer Ausrüstung. Ich glaube eher, dass ich für euch was habe. Hab ich nicht noch bessere Rüstung für euch? Nehmt mal noch den Helm. Nein, ich habe wirklich sonst kaum etwas für euch, was euch helfen könnte. Nehmt mal noch den Dolch. Auch wenn ihr ihn nicht benutzt. Tragt mal noch den Zweihänder. Khajiit will folgen. Sehr schön. Okay. Das ist wirklich ein schwieriger Weg hier. Wir sind definitiv eigentlich nicht auf dem Level, um euch mit diesen Bastarden anzulegen. Zum Glück bin ich nicht alleine. Ich glaube, alleine würde das ganz anders aussehen hier. Hallo. Falle. Was hat sehr wertvoll, das Zeug zu verkaufen. Lucifer? Danke. Ich habe hier was für euch. Ich habe euch jetzt zwei Schilde. Kann ich euch einen Zwergenschild abgeben? Ja, nehmt den. Will ich auch sagen. Der Helm sieht komisch aus. Sorry, wir müssen euch ein besseres Set besorgen. Aber Moment. Fehlt mir da das Geld dazu. Von wo sind wir jetzt gekommen? Hier. Ich glaube, hier geht's lang. Spinnenbeben. Ihr wisst, was das heißt. Na? Der soll gar nicht erst aufstehen. Sehe ich aus, als wäre ich erst gestern in so einer Ruine gewesen. Netter Kerl. Ja, 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 ja. Ist alles voller Fallen. Da hinten? Hallo? Ich glaube, sie sehen uns. Ja. Das glaube ich auch. Ähm, wo habe ich meine... ...Ax? Mach den Tod! Noch mehr von diesem Blitzruhen. Schläft einer? Voll ins Genick. Voll ins Auge. Ich nehme mal wieder einen Lindenabkampf. Oh, das. Autsch. Muss das sein? Okay. Den haben wir getötet. Hast du mir noch meine... ...Bolzen zurück? Natürlich nicht. ...Ihrer Sarg. Eine Meistertruhe. Da komme ich nicht... Oh, gleich. Zwei Bastarde auf einmal. Aufgepasst. Naja. Drei. Oh. Okay. Wo ist Lucifer hin? Wo kommt denn der... Wo kommt denn der Stab her? Einfach aufs... ...Einschlagen. Ein Hammer! Puh. Ja. Wir sind definitiv... ...noch ein bisschen zu schwach auf der Brust. Alle zusammen. Wird euch gut? Puh. Man darf sich hier einfach nicht umzingeln lassen von dem Gesindel. Vor allem, wenn sie sich dann da zusammen aufbauen. Vielleicht wird es auch bald Zeit. Da hinten ist wieder einer. Ja. Immer wenn was können. Sicher gut. Möge es viel Schaden machen. Lass mich helfen. Ist weg. Hinter dir. Weg damit. Autsch. Wer kickt das hin? Lass mich den mal untersuchen. Aber die Bolzen clownen. Ja, das sind... ...wenn auch immer stärker. Unsere Ausrüstung ist eigentlich noch nicht gemacht für solche Expeditionen. Lass uns das eine Lehre sein für die Zukunft. Du siehst... Du siehst... Du siehst schwächlich aus. Äh... Oh. Autsch. Oh, das ist nicht gut. Oh, das ist nicht gut. Oh, das ist nicht gut. Autsch. Oh, das war knapp. Oh, das war knapp. Oh, das war knapp. Oh, das war knapp. Das ist nicht gut. Weg mit dir doch... Bastard! Ja. 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 Tötet ihn. Sehr schön. Wow. Das waren jetzt gerade viele. Wow. Gut gekämpft. Gut gekämpft. Voller Fallen alles. Da steht einer. Kampferöffnung wieder auf die Distanz. Hallo. Ja super. Sehr schön. Bastard am Boden. Gut. Ich hoffe, das soll es für das erste gewesen sein. Aufgepasst auf die Falle. Scheint mir die Hauptkammer zu sein. Lasst uns unseren Freund zur Hilfe holen. Oh ja. Auf sie, Mecke, Brüll. Würde ich sagen. Wollte der mich wieder anspucken da? Weg damit. Wo will der denn hin? going to turn you into ash. Autsch. You're nothing but a pest. A flee on because it's backside. Wo kommt der denn her? Autsch. Autsch. Moonstone sounds like something that you see. Where is the sun's path? So. Aber unser Steinfreund, der hat sich als wahrlich ein guter Freund erwiesen. Das ist so. Komm mal mit. Frost ist... Ah. Ich glaube, das haben wir schon. Ich glaube, unser Steinfreund hat sich schon verabschiedet wieder. Vorsichtig. Wir wissen nicht, was hier noch auf uns lauert. Aber Oh, das gefällt mir gar nicht. Da oben ist was. Kann man den wegschießen? Wir werden es gleich sehen. Jawohl. Sehr schön. Da unten ist noch eine Truhe. Für alle, die sich noch was holen wollen. Ah, Seelensteinfalle. Die Frage ist, sind wir hier im Kreis gelaufen? Tatsache. Ah, der Schlüssel. Ja, genau. Oh, da war doch ein Trank der Wasseratmung. Trank, 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 Trank. Wo ist es denn? Trank der Wasseratmung. Hast du eine Spinne getötet? Kommt, das können die ja machen. Und das ist das. Sehr schön. Haben die kleinen Dinger eine Spinne getötet? Kann ich mir fast nicht vorstellen. Kleine Ratten sind doch nicht stark genug, eine Spinne zu töten. Anscheinend doch. Das heißt, diese Ratten darf man nicht unterschätzen. Augen offen halten. Ich spüre, dass wir nicht alleine sind hier. Das haben wir schon die ganze Zeit, nicht? Das will mir nicht gefallen. Alles voller Öl hier. Da hinten liegt er, ne? Ja, Kampfveröffnung erstmal auf die Distanz. Vielleicht haben wir ihn. Schlagt ihn tot! Die Pfeile brauchen wir aber. Wieder eine. Ja. Ah, du! Na? Aber das weiß er selbst. Weg mit dir. Passt auf die Falle auf! Okay, mach das schon. Okay, jetzt muss ich schauen, dass ich irgendein... Ich irgendwie zu euch rüberkomme. Ohne die Falle auszulösen. Sonst noch jemand, der aufstehen möchte? Du siehst mir nicht danach aus. Oder? Nein, das ist alles. tut. Wollen wir sehen, was hier uns erwart. Ich hab hier was gehört. Mit mehreren, die uns Hallo sagen wollen. Bleibt ihn tot! Ich hab ihn aufgewährt. Gut gekämpft. Autsch! Boah! Lasst uns noch... Wenn wir Freunde haben, kommen wir uns auch Freunde dazu. Autsch Schlag ihn tot Mannsteinfreund Schlag ihn tot Ich muss sagen Komm Bin stolz auf dich Was los Noch jemand der was Mit uns besprechen möchte Was wieder einer dieser Flammen tut Schlag ihn tot Einfach weiter Auf ihn einschlagen Ich muss sagen Unser Steinfreund Wird mir stetig sympathisch Ja Ich brauche ihn Wir dann auch gegen Diesen dämlichen Drachenpriester Sonst wird das Ein sehr schwieriges Unterfangen Hier Hier ist zu Irgendwie will es mir nicht gefallen Was ist hier hin Ein Tücher Das ist gut zu wissen Wird wohl so sein Irgendeiner hat gelacht Ich habe ihn gehört Alles voller Öl Das heißt Da wir Aufgepasst haben Ich gar keine So Gar keine Lust Mich damit auseinander zu setzen Wir warten Ah Na Waren wohl nichts Weil ja Sicher immer irgendjemand Kommt mit Feuer Hand hier Hier Gar nicht erst Auf die Idee Komm Was da Wir warten Wir haben alle Zeit der Welt So Die sind hier schon rausgekommen Da kommen welche raus Ich möchte gerne meinen Funt haben Komm mal raus Ah ja Habe ich mir schon gedacht Der ist weg Autsch Okay Wir brauchen definitiv Wer Wo Wer ist rausgekommen Kommst du noch raus Hallo Anscheinend nicht Was unser Stein freut der so viel Alle Blüten müssen zugleich geerntet Und ins Alchemielabrück Hochgebracht werden Schaff deinen Platz Und beginnt die Leichen der Kinder zu beerdigen Wow Kinder Haben die hier sogar Kinder Und abgeschlachtet Haben wir ja einiges von Nords gewöhnt Aber Dass man nicht mal vor Kindern halt macht Toll Ach Ach Gottes Willen Was ist denn das für ein Schloss Geht doch Ich hab zu danken Der Steinfreund hat uns verlassen Ich höre hier schon ein Ich höre hier ganz viele Nichts da Ist nochmal Weg mit dir du Bastard Wieder diese Hab ich ja schon Der Steinfreund ist mir sehr sympathisch Schlag sie tot Ich helfe auch noch Bin ich doch Geld nehmen wir schön mit Wenn ich es denn nehmen könnte So Flammen hab ich schon Oh Hier geht's weiter Autsch Autsch Verdammt We got some trouble Okay Okay Wir brauchen auch Hilfe Ist nicht gut Weg mit dir Bastard Na komm Lack zu Mach wohl nichts Weg mit dir du Bastard Alle in Ordnung Ganz ehrlich Langsam aber sicher Kommt mir nicht Kommt mir nicht Komme ich nicht Da oben herum Zu denken Dass dieser Dass diese Aufgabe Einfach noch Eine Nummer zu groß Für uns ist Komm so Ganz Will ich gerne den Siedenstein nehmen Hier noch rein Na toll Ja sehr schön Wir sind drin Hier Ebenerzschild Gut Na jetzt aber Dich natürlich Ho Damit kann Läst dich sicher Noch ein bisschen Besser Sich wehren Okay Okay Wir haben noch eine Klaue gefunden Schauen wir mal Hey Hast du noch Freunde Dabei Kann ich nämlich auch Könnt ihr mal aufhören Ständig vor mich Zu stellen Autsch Hey Das war wohl nichts Auf ihn mit Gebrill Autsch Dinger werden immer Wie stärker Und das will mir Nicht gefallen Wenn die schon So verdammt Mächtig sind Wie wird dann erst Der Drachenpriester sein Der die Bande Hier angeführt hat Irgendwie will ich mir Das gar nicht vorstellen Gute Frage Jedenfalls rein Finanziell hat sich Der Trip definitiv Gelohnt Hier hinzukommen Ich glaube die Smaragdklaue War es Oder war es Die Saphir Drachenklaue Motte Eule Wolf Motte Ah Das haben wir gar nicht Die Die wir brauchen Vulkanglas Nehmen wir halt die Fuchs Eule Schlange Was auch nicht Welche habe ich denn Aufgenommen Du weißt es ja auch Nicht oder Motte Eule Wolf Was habe ich denn sonst Noch für Clown Dabei Gar keine Das ist die Die ich vorher Aufgenommen habe Wolf Eule Schlange Oder Fuchs Was Heule Schlange So Ja War doch die Richtige Wir sind gespannt Oh Das ist Nicht gut Über Über Hau Nicht gut Ja Das habe ich mir noch fast gedacht Oh Oh Das tut weh Au Oh Da hinten ist ein Drauchenpriester Oh 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 Nicht gut Autsch Autsch Der hat mich fast In einem Schlag Getötet Autsch 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 Alle da? Das war ein Kampf. Das wäre eine gute Idee. Ja. Wow. Ganz toll. Never run. Sehr schön. Und ist er was für mich tragen? Gut. Weiter geht's. Und ich bin schon wieder. Ich habe hier was für euch. Sieht aus wie die Wohlfahrt. Ähm, ich habe hier was für euch, Lucifer. Genau. Das. Und ich habe hier noch... Hier noch die ganzen... Pfeile, die ich nicht brauche. Ah, nehmt die doch auch noch. Die auch noch. Gut. Schön wieder frische Luft zu sehen. Und auch wieder zu riechen. Hallo, Tschigelack. Euch hätte ich was vergessen in dem ganzen... ganzen Scheiß. Wollt ihr denn mich verarschen? Schickt er noch einen anderen da rein? Schickt er noch einen anderen da rein? Sieht so aus. Sieht so aus. Meine Forschungen zufolge könnte Skarm Schnee laufen. Oh, ähm. He he he. Warte, ich... Ich kann das erklären. Ihr hättet nie herkommen. Ihr hättet nie herkommen. Du hast das gefragt. Was ist das? Ich weiß. Hat der uns? Ja. Talmor. Natürlich. Naja, dann lasst uns kurz ausruhen und dann wollen wir schauen, wo uns der Wind hinbringt.